hallo hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen folge vor ich finde richtig cool erst richtig schön geworden also hat eine sehr sehr tolle form vorne bekommen hier mal noch so einen kleinen vorbau hin wo dann das gewicht unten ist damit wir immer schön mittig sind aber schaut mal wie geil das aussieht ohne scheiß das sieht so gut aus sondern schon mal hinten an hier habe ich auch schon über die bande hin super super toll geworden also ich bin ich bin schon stolz drauf ich hätte nicht gedacht dass ich so gut ein boot hinkriege und das ist ja immer so hoch dass es immer so wenn man sowas anfängt zu bauen und man weiß nicht wie und was und bloß dann ist man immer bisher manchmal unmotiviert dazu das war ich auch ich war auch einfach so wissen ja wird schon werden so ein bisschen aber jetzt so geil und geil okay ja würde ich sagen fangen wir an vielleicht kann man das hier noch erst machen hier das abschregen genau das ist jetzt im prinzip die letzte runde für mich bevor ich das jetzt dann für euch nach oben lade wo ihr dann selber weitermachen können wenn ihr jetzt sagt ja ich finde das ding auch so cool ich will damit spielen ich will damit bauen ich will damit was machen dann könnt ihr euch das dann hochladen ich färbt es dann auch noch ein oder soll ich lassen ich bin noch nicht sicher warte mal wenn ich es nicht einfärbe dann müsst ihr es machen aber es kann ja sein dass sie eine andere farbe wollt ich glaube ich färbt es nicht ein ich lasse das euch machen weil es kann ja sein dass ihr eine ganz andere farbe haben wollt dann wäre das ja quatsch ist zwar dann für euch sowieso egal wenn ihr eine andere farbe wollt aber schauen mal schauen ich überleg mir das kann ja auch sein dass manche sagen ist mir eigentlich egal welche farbe das ding hat wir machen ja wir machen heute den turm also meistens hat er eigentlich immer nicht nur meistens sondern eigentlich immer gibt es einen turm der ziemlich weit oben ist damit der captain gute aussichten hat auf alles so bei meinem vorbild ist der ja ziemlich in der mitte wir schauen jetzt mal wie viel breite wir brauchen zum durchgehen also wir wollen natürlich dass wir hier schön lang laufen können wir machen das jetzt mal hier so warum warum ich nicht das lieb bitte nicht danke auf so ein boot geht es manchmal ziemlich eng zu wir haben jetzt hier fünf mal hier auf fünf also wir lassen mal 55 beiden seiten müssen wir mal schauen ob wir sie enger gehen oder nicht so nicht desto trotz das ist jetzt die herausforderung wir haben ein relativ kleines boot das aber so ein bisschen aussehen soll als wäre es ein großes boot also so ein bisschen seudo irgendwie ich weiß auch noch nicht so genau weil wir machen ja jetzt hier ein türmchen wo im prinzip dann auch ein treppenhaus reinpassen soll oder wir machen es per aufzug könnten auch ein aufzug bauen ja was mal schauen mal schauen es wäre ich witzig das wäre eine tolle idee wir haben ja auch unten raum also wir haben ja hier nicht hier geht es ja auch nach unten sich runter dann wo wir dann hier unten ja auch noch laderaum haben oder was auch immer wo auch die die angestellten schlafen und essen und leben müsste was wir bauen dann aufzug rein wir wollen dann aufzug rein leute ja warum eigentlich nicht jetzt bin ich nur am überlegen was passiert jetzt da geht doch ich will ja nicht so an wir haben einen guten aufzug schon mal gebaut manche fragen immer danach sag mal kannst du mal einen aufzug bauen ja ja kann ich schon machen äh el äh el äh el schau mal ob wir den finden wenn wir das so eingeben gehen wir mal elevator xaroc ein das müssen wir es eigentlich da ist mein easy call ziemlich cool entweder nehmen wir das das wäre eigentlich auch schon super dann müssen wir einen neuen aufzug bauen Aber ich will eigentlich ein bisschen Zeit sparen und da wäre es eigentlich cooler, wenn wir jetzt lädt es. Wäre es eigentlich cooler, wenn wir den fertigen Aufzug nehmen und einfach reinbauen würden. Oh, Workshop ist wieder seit gestern wieder so so aufregend, ohne Scheiß. Nicht Bus. Alles schön. Die Leute schicken immer noch fleißig Sachen ein. Come on! Was ist das für ein Tropa? Na, schau her. Am häufigsten abonniert. Da ist nun mal ein alter Aufzug drin. Okay, müssen wir so reingehen. Wo wird der sein? Der ist ja auch schon nur alt. Fünf. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Du könnt jetzt hier irgendwo langsam kommen, oder? Da haben wir mal die alten Sachen geupdatet. Da mal das Weihnachtshaus. Oh, das Weihnachtshaus. Das ist mal so eine kleine Zeitreise, wenn ich hier durch den Workshop schaue von mir. Und ich dann immer so alte Sachen sehe. Oh ja, der Erstzürm. BD-Fort. Ja, das müsste jetzt eigentlich so langsam kommen. Genau, da kam jetzt so langsam der Piston raus, den man von heute kennt. Genau, da ist er. So, wir haben hier drei Stockwerke. Müssen wir mal gucken, ob er vielleicht zu hoch ist. Ansonsten nehmen wir den Easy Elevator und bauen nochmal selber einen rein. Weil der wäre schon ziemlich cool. Schauen wir mal. Der ist ja ziemlich weit oben, da könnte man einen Unterstock vielleicht machen. Ja, wobei. Ich glaube, wir müssen selber einen bauen. Das wird nicht funktionieren. Und wir brauchen ja eigentlich nur... Ja, wir brauchen drei Stockwerke. Genau, den da, den da, den da. Man könnte... Na ja, unten raus, man wäre auch nicht so gut. Das ist, da kann ich euch mal ganz kurz zeigen, hier. Die, die, die... Hat er schon geöffnet? Ja. Einmal bitte nach oben. Super cool. Ja, man sieht ja auch hier schon, ne? Der, das Ausmaß, das wäre, glaube ich, zu groß. Deswegen bauen wir auch selber einen. Es geht eigentlich schnell. Dann könnte auch dabei sein, wie man das so baut und wie man das macht. Das ist vielleicht am besten. So. Ich kann mir den lassen. Ah, nee, das können wir nicht, weil wir ja hier jetzt einen Aufzug haben wollen. Okay. Ja, schauen wir mal, wie wir das jetzt veranstalten. Also das hier wird so die Breite. Ich denke, das ist auch für den Aufzug ganz gut. Genau. Oder machen wir eins schmähler? Machen wir eins schmähler. Erst von innen, dann von außen. So. Okay. Genau. Und das wird unsere Aufzugskammer. Sehr schön. Und dann nochmal ganz unten. Und dann geht er nach oben. Und dann nehmen wir nämlich, äh, also dann machen wir jetzt die Turmhöhe im Prinzip. Was haben wir jetzt hier an Höhe? Das ist, glaube ich, eigentlich so die optimale Höhe für eine Person. Jetzt machen wir im Prinzip das nochmal. Was haben wir denn hier jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hoffe, das stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Sehr gut. Und dann nochmal. Was ist der Kante? Der sieht man gar nicht. Haha. Krass. Vier, acht, neun, zehn, zehn. Oder? Ne, ich glaube, das ist eins zu hoch. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sag ich doch eins zu hoch. So, jetzt muss man das von außen mal begutachten. Ist diese Höhe okay? Können wir da drauf jetzt das Ding stellen? Oder ist das schon... Jetzt vergleichen wir mal. Ich habe hier mein Vorbild. Jetzt würde ich sagen, der Bereich ist genauso wie den, den man hier sieht. Und da drauf ist dann der große Turm. Also der Käpt'n Raum. Also würde ich sagen, da noch eins drauf, da müsste es eigentlich passen. Beziehungsweise hier ist schon, äh, jetzt dann hier, warte, das hier ein Programm. So, aber nicht zu viel. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Ein- und Ausgang dann machen. Das muss man dann später sehen, oder? Was haben wir denn an Breite? Eigentlich so fast die Schiffsbreite. Ich denke mal, das hat auch seinen Grund, warum das fast die Schiffsbreite ist, damit er hier an der Seite vorbeischauen kann. Denke ich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ich würde das bis dahin, also nicht ganz an den Rand, aber bis, bis hierhin dann. So, oben auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, dann kommst du leider weg. Müssen wir mal gucken, ob wir dann den Ausgang zur Seite hin machen. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig mit dem Aufzug. Der nimmt ja dann auch enorm Raum weg. Hä, das sieht doch jetzt rechts, Breite, aber sonst links. Was ist denn da los? Hier auch, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sag ich doch. Was ist denn da passiert? Was machen wir denn? Machen wir das hier ein Schmähler. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. So was kann man schnell beheben, ne? So. Dann kommt hier eins weg. Okay. So nochmal, eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. So. Jetzt müsste es passen, genau. Jetzt sieht es auch symmetrisch aus. Glaube ich. Oder? Sieht es symmetrisch aus? Ja. Okay. Aber was mich wundert ist, es ist ja komisch, eigentlich, von der Breite. Also, wir werden da keinen Platz haben, da oben. Wir werden da keinen Platz haben, da oben. Wenn wir da so einen fetten Aufzug da hochfahren lassen, dann ist der Platz da schon für den Aufzug verschwendet. Wir müssen das, ja, kleiner machen. Warte mal, wir könnten. Wollen wir hier hinten. Wir müssen das auf jeden Fall kleiner machen. Ohne, ohne Kack. Wir könnten hier. Also hier auf jeden Fall schon mal eine Treppe machen. Ne, also, dass man hier auch mit Treppe runtergehen kann und nicht mit Aufzug. Weil wenn da viele Mitarbeiter sind, die benutzen ja dann ständig den Aufzug. Und das muss ja auch nicht sein. Und das geht ja auch schneller dann, ne. Hier, so, haben wir hier eine Treppe. So, das hier ist dann der Rand. Bisschen schmal, aber in so Booten. Das ist immer so schmal, ne. So, dann haben wir hier den Aufzug. Hier machen wir jetzt ein Rechteck draus. So, oder vielleicht so ein bisschen nach hinten. Und für das hier wird die Aufzugfläche. Also, dass wir jetzt hier so ein Kämmerchen machen. So. Das ist der Aufzug. Genau. So, nur hier noch. Unsere Aufzugkammer hier. Zehn, haben wir gesagt, ne. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also, bis hierhin. So. Und dann geht er da hoch. Super. Das, glaube ich, passt sehr gut. Wenn wir hier noch ein Treppchen. Guck mal hier, eine Wegkram noch mal in der Reihe. Oder? Ne. So. Das finde ich gut. Okay. Können wir hier auch. Können wir hier auch. Keine Ahnung. Ab hier oder so. Stufen machen. Stufen machen. Genau. So. Sehr gut. So, habe ich mir das vorgestellt. Das passt. Das passt. Hier haben wir überlegen. Das wäre hier die Stufen 1 später machen. Ey, das ist fast schon Selbstläufer, die Treppe. Ich bleibe stehen und er rollt einfach weiter. So. Okay. Auf der anderen Seite hier die hier wieder weg machen. Das ist ja zusätzliches Gewicht. Das muss man nicht mit unserem schleppen. Oh. So, dann kommen wir hier zum Boden. So. Schön. Ja, das passt doch. I like that. Okay, ja. Also, das ist unser Aufzug. Warte, dann kommen wir hier auch noch. So. Das ist unser Aufzugsschacht. Das ist ein bisschen kompliziert. Genau. Und das hier ist jetzt im Prinzip oben. Machen wir jetzt hier mal einen Weg. Also hier so eine Schachtel. So, dann kommt das hier zu. Und das hier zu. Da können wir uns überlegen, ob wir da nachher Technik reinstecken oder whatever. So, jetzt müssen wir uns überlegen, in welche Richtung könnten wir jetzt da natürlich ein Doppeltürmechanismus machen, dass man vorne reingeht, hinten rausgeht. Das wäre vielleicht eine Option. Und dann hätten wir hier hinten nicht diesen Platzmangel. Und zwar hier wirklich dann hier... Ja, da sind wir dann. Aber hier machen wir jetzt mal unsere Decke hin. Das wird natürlich fast komplett aus Glas sein. So, dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Nicht ins Loch fallen. So, dann sind wir weg. Okay, genau. Ja, das ist doch schon mal gut. Höhe, glaube ich, passen auch. Dann haben wir hier dann die ganze Technik und so nach vorne weg. Könnte auch den Ausgang hier an der Seite machen. Das ist eigentlich ziemlich... Mal gucken. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Wir machen die Türen nicht im Aufzug selber, sondern nur hier an den Dingern. Das einzige Problem ist, wenn wir hier tatsächlich... Schauen wir mal hier an den Rand hin. Da ist ja der Aufzug dann drin. So, mal schauen. Wenn wir jetzt hier tatsächlich... Das wird alles sehr eng. Das wird alles sehr eng. Weil wenn ich hier jetzt tatsächlich eine Tür habe... Was haben wir denn hier an Breite? Drei. Drei. Ich müsste ja dann die Tür irgendwo hinschieben lassen. Also nach rechts und dann nach links. Nach links geht nicht, weil wir hier einen Durchgang haben. Und nach rechts, ja... Da haben wir nicht viel Platz. Das wäre eigentlich am schönsten, wenn man hier nach vorne durchgehen würde. Warte mal. Ich habe eine schöne Idee, glaube ich. Ah, ich habe eine tolle Idee, Leute. Eine richtig schöne Idee. Und zwar gibt es Pistons, die als Block sich ausfahren. Haben wir sowas dabei? Nein. Haben wir nicht. Aber sowas wäre... Oh doch, hier. Hier. Ja, doch. Hier, hier. Das ist das. Das ist geil. Das ist wirklich cool. Dann brauchen wir nämlich nur eine Breite hier. So. Einmal. Zweimal. Also, es ist schade, sie sind nicht durchsichtig. Aber welcher Aufzug ist schon durchsichtig. So. Jetzt haben wir hier... Warte, dann... Äh... Äh... Ja. Nehmen wir einfach mal einen Schalter. So. Verbindungs-Tool. So, dann lassen wir ausfahren. Wir sind auf dem Lift. Verdammt. So. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung er geht. Ach so. Ah, fuck. Da muss er... Ein Block muss mindestens drauf. Sonst geht gar nichts. Genau. Aber das können... Das ist ja kein Problem. Das können wir ja noch machen. Dann haben wir hier so einen ausgefahrenen Block. Ne? Auf beiden Seiten. Und da fährt sich dann ein... Dann brauchen wir keinen Platz zum... Zum irgendwo reinschieben. Ah, das ist cool. Die Seite machen wir dann mit Blöcken. Also mit flachen Blöcken. Damit wir Platz sparen. Können wir das am einfachsten machen. Wenn wir das so... Machen. Dann holen wir uns jetzt hier die Polygon-Platte. Also die flachen Blöcke hier. Äh. Nehmen wir die hier. Oder man macht es schräg. Schräg wäre eigentlich auch ziemlich schick. Unten ist egal. Da haben wir genug Platz. Aber hier oben... Sonst was überlegen. Schräg wäre eigentlich ziemlich geil. So. Und da drauf kommen jetzt hier diese Dinger hier. Und hier wäre dann... Der da. So. Dann wäre aber der andere auch hier. Da hätten wir einen ziemlich schmalen Weg hier. Ne. Wir... Wir gehen noch eins breiter. Also. Aber da sind wir schon sehr breit. Ne. Aber es ist halt eine einfache Technik. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Technik. Eine Aufzugstür zu bauen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Voll lässig ist das eigentlich. So. Die werden dann natürlich hier so verbunden. Machen wir hier eine super geile... Tür. Geil, oder? Das ist auf der anderen Seite auch nochmal. Aber das finde ich super. Auf jeden Fall. So. Und dann machen wir dann Sensor. Und sobald der Sensor aktiviert ist... wird ein Timer ausgelöst. Und dann geht die Tür auf. Fertig. Super. Super easy. Super nice. Ressourcenschonend ohne Ende. Ich glaube, das... bringt uns in den Himmel. So. Okay. Machen wir hier noch... nach oben. Fertig. Ist das die richtige? Ne. Das hier müsste sie sein, oder? Sieht gut aus. Müht. Ja, was... Machen wir uns überlegen, wie hoch gehen wir. So. Wir müssen ja auch noch irgendwo die Pistons rein verstauen. Gut. Wir machen oben ein Türmchen. Also noch so ein Sendeturm drauf. Der dann hier ist. Ja. Hier ist so ein Loch. Genau. Wo das dann dran hängt. So. Ja, eigentlich supercool. Genau, dann könnte man eigentlich bis dahin gehen, denke ich. Genau. So. Gucken wir hier noch. Super easy. So. Hier können wir dann Technik rein verpacken. Gehen wir mal jetzt zu. Hinten ist uninteressant erstmal. Gut, können wir auch zumachen. So. Und hier. So, da können wir dann hier auch nochmal Technik rein verpacken. Da sehen wir dann, wie wir das Technik in der Optik machen. Aber so habe ich mir das vorgestellt. So, dann machen wir jetzt hier Logik-Gate. Und Timer. Können wir zum Beispiel hier jetzt dann den Logik-Gate und Timer rein verpacken. Logik-Gate. Timer. Geht dann hier so rein. Timer machen wir jetzt mal auf zwei Sekunden einfach. Können wir noch boxen und so für den Ton. So, dann brauchen wir einen Sensor. Machen wir den hin. Ich weiß es nicht. Das benutze ich nicht einfach die zweite Leiste. Ich weiß es nicht. So, Sensor muss ziemlich weit oben sein, weil er soll ja nicht unten schon anfangen zu zählen, wenn er schon da mit dem Dächchen hin ist. Sondern hier oben irgendwo. So, dann machen wir mal zwei hin, damit es schön symmetrisch aussieht. Gut, das sieht man dann eh nicht. Aber ich mache das jetzt schon, weil ich das gerne mache. Ist ja wurscht. So. So. Genau. Sensor geht da rein. So. 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 Dann brauchen wir noch einen Logigate. Wobei man den eigentlich schon auf Nähn stellen kann. Das geht auch. Wobei, machen wir noch einen. Machen wir einfach noch einen. Ist einfacher. Und sieht auch gut aus. So. Dann gehen wir hier jetzt überall rein. So. Den of Man. Zack. Da geht er zu. Wir müssen nochmal gucken. Soll natürlich nicht zu weit sich bewegen. Wir haben jetzt hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, das ist doch super. Drei fährt er aus. Speed passt, glaube ich, auch. Machen wir auf Nähn. So. Geht er zu. Wunderschön. Sieht aus wie ein Aufzug. Jetzt machen wir hier kurz auf. Und jetzt tun wir mal so, als würde jetzt hier ein Aufzug reinfahren. Timer fängt an zu ticken. Timer fängt an zu ticken. Tür geht auf. Super cool. Sensor ist weg. Timer geht runter. Tür geht zu. Wunderbar. Schöner geht's wirklich nicht. Also wirklich super geil. Ressourcenschonend. Platz sparend. Perfekto. Geil. Super cool geworden. Echt toll. Okay. Ähm. Dann gehen wir jetzt aufs Dach. Aufs Dach. Meine Damen und Herren. Und zwar haben wir hier jetzt einen besonderen Fall. Und zwar möchte ich hier jetzt genau diesen Block benutzen, den wir weggelöscht haben. Nämlich den hier. Jetzt müssen wir mal überlegen. Machen wir den Turm so. Oder einen Tick breiter. Ich glaub so ist ganz gut. Für die Größe des Gebäudes. So. Dann machen wir mal hier so. Okay. Reicht das? Ich weiß noch nicht. Machen wir mal noch ein bisschen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Sonst reicht das nicht. Also der Turm wird natürlich noch deutlich höher. Mir geht's jetzt aber erstmal nur um den Aufzug. So. Genau. Dann nehmen wir jetzt hier den hier. Kann man den rein tun? Tu mal den hier rein. So. Dann machen wir jetzt hier einen Vierer. Jetzt brauchen wir eine Stange. Den hier. Das sieht man ja eigentlich eh nicht mehr. Das ist eigentlich total wurscht. Egal. So. Noch einen. Das sind jetzt 30. Und noch einen. 45. Also das ist jetzt die Länge. Wie viel Stockwerk können wir nach unten kommen? Also Blöcke. Dann würde ich sagen machen wir noch einen. Das wird so schwierig mit drankommen. Das wird so schwierig mit drankommen. Das muss man von unten. Von unten machen. So wir können das Ganze jetzt hier auch. End kurzzeitig stellen. Dann geht uns das mal auf. So. Dann machen wir mal kurz hier. Ein Brett rein. Damit wir hier unten drankommen. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir bei. 60. Das müsste eigentlich reichen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich überlege. Wie war das. Was für Glöcke wir jetzt da dran setzen. Warte mal hier. Das Loch krö... Ich bin ein Held der besonderen Art. Ähm. Ja gut. Dann fähren wir die Worte. So. Wie krieg ich den Haufen jetzt hier hoch. Mann. Xarok. So. Ba, 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 ba. jetzt sehe ich natürlich nicht wo ich hin muss ich rate nein das war nicht richtig okay mein gott kann ich das einfach weg mal hier warte ich mache mir einen punkt so hier muss ich hin jetzt aber nicht hier hingehen lassen dann kann ich das hier weg machen da mache ich meist hier komme ich da jetzt dran zu kompliziert diese welt echt so okay hin mit dir haben wir da so rein rutscht okay wie komme ich jetzt da wieder runter nur so gut wo bin ich denn da bin ich mein leben ist habe ich mich doch verzählt oder vertan oder wie man es nennen mag das hierhin das geht nicht meine güte schwere geburt habt ihr heute mit mir so woran wo hängt das jetzt ach okay jetzt hängt das hier an den ecken oder krass okay so letzter versuch jetzt passt es hoffentlich genau jetzt stimmt so mein gott dann kann ich das ja jetzt weg machen wenn das ja eh so hält scheinbar kann ich hier zu machen so ein kampf der giganten okay genau weil mein plan ist es dass ich das dass ich hier den 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 unteren teil jetzt hier so dran setze schnell raus es könnte sein dass genau die tür jetzt zu geht sondern jetzt kann man das wieder auf nähen stellen so wir haben geschafft oh mein gott ich muss aufpassen heute haben ja auch noch zwei leute geburtstag und zwar asento und muffin niklos und spartan happy birthday to you alles gute ich hoffe ihr seht die folge und seid nicht irgendwo im urlaub oder sowas das ist aber sowieso so krass na alle sind sie weg irgendwo im urlaub kreuzfahrt ich kriege ja auch immer bilder von euch sind ja immer so cool von eurem urlaub dann am strand oder eine fett mit kreuzfahrtschiff rum irgendwo in der nordsee entlang und irland oder wie auch immer richtig cool da kommen immer ganz viele bilder von euch das finde ich immer so toll da freue ich mich natürlich auch drüber und ich feiere dieses jahr nicht nur noch wir haben lange überlegt ungarn oder so aber dieses jahr wirklich nicht wir wir machen urlaub in unserem pool ist auch schön ja liebe leute vielen dank fürs zuschauen ich habe das gefallen wir zur folgenden wir sehen uns nächste woche in der nächsten folge leider schaffe ich dann doch nicht mal heute hochzuladen damit ihr schon mal dran rumfummeln können müssen wir auf nächste folge oder übernächste verschieben aber es sieht doch schon mal ziemlich cool aus na gefällt mir ist ganz nice geworden der turm muss noch ein bisschen anders da werden so ist er jetzt doch eher ein bisschen hässlich als schön vielleicht sogar ein bisschen niedriger ach das sehen wir dann leute schaltet zur nächsten folge ein vielen dank bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss